Boah, habe ich einen Hunger. Wenn ich diese schönen Essensachen in meinen Gedanken lese, dann bekomme ich so Hunger. Mh, ich schmatze schon. Ach, ich kann nicht aufhören daran zu denken. Die sind so lecker. Na gut, na gut, na gut. Ich habe das ohne Essen. Aber die sind so lecker, die Sachen. Ach, ich schmatze schon. Ich schmatze schon.